Das ist mein Traum. Ich träume davon, mir so ein kleines Paradies einzurichten. Hier, unterm Sternenhimmel der kasachischen Steppe. Kannst du es sehen? Also dann, ihr habt ein junges Mädchen und wir einen jungen Mann. Das sind zwei Hälften, die zusammengehören. Von uns gäbe es zehn Schafe und vom Bräutigam das Geschenk her. Was sagt ihr dazu? Zu deiner Hochzeit bin ich noch besser, wo ich bin. Du gefällst sie nicht. Du gefällst sie nicht. Punkt. Sie hat ihrer Mutter gesagt, er hat viel zu groß geworden. Ohne Frau sollte mir keine Herde geben. Hier gibt's keine Weiber. Versteh doch null. Bitte, der Prinz hat sogar noch größere Ohren. Ist der Prinz aus Afrika? Nein, Amerikaner. Aha, gut. Külpan?